Hamburg? Auf der Werft? Was soll ich denn da? Ich hab Arbeit. Du bist ja nie auf der Charlotte, oder was? Du willst doch nicht ewig auf diesem ollen Keiner's Hilfsarbeiter rumtuckern. Du brauchst eine richtige Ausbildung. Blödsinn, ich bleib eh nicht hier. Wir gehen nach Australien und machen eine Tauchschule auf. Find's, Lukas? Lukas kann doch gar nicht tauchen. Ich hab dich nicht um einen Job gebeten. Glaubst du im Ernst, du tauchst hier mit einer Telefonnummer auf und alles wird gut? Halt dich aus meinem Leben raus. Ich krieg das alleine geregelt. Und jetzt zieh ab, Lilly. Ich hab zu tun. Ich hab dich nicht gesehen. Vielen Dank.